Herzlich Willkommen zum Shure Tech-Tip MXCW. Diesmal schauen wir uns die NFC-Kartenfunktion an vom MXCW-System. Dazu braucht man NFC-Karten, ein NFC-Lesegerät und die von uns kostenlos zur Verfügung gestellte NFC-Karten-App, die Programmierungs-App. Das geht relativ einfach, das zeige ich euch gleich. Die Funktion der NFC-Karte ist, wir haben die NFC-Karte, die wird personalisiert, sprich wir schreiben einen Namen drauf. Mit dieser Karte kann dann die Person zu ihrer Sprechstelle. In der Sprechstelle ist ein Kartenslot, da kommt die Karte an der Seite rein. Dann wird der Name von der Sprechstelle übernommen und aufs komplette System übertragen. Dementsprechend ist man dann mit seinem Namen im System angemeldet und kann Sprechwünsche und Abstimmungen namentlich erfassen. Das zeige ich euch jetzt mal am Computer. Man legt die Karte einfach auf den Reader, dann erscheint dieses Feld. Hier gibt man den Vornamen ein, dann den Nachnamen, wenn es gewünscht ist, geht auf Write und damit ist die Karte beschriftet. Jetzt kann ich die beschriftete NFC-Karte nehmen und in den dafür vorgesehenen Kartenslot schieben. Dann erkennt die Sprechstelle, dass eine Karte eingeschoben wird, der Name wird erkannt und mein Name taucht da auf. Genauso wie im Browser vom MXCW-APT, also vom Access Point. Und da steht jetzt bei Sitz 9 mein Name und dass es mit NFC-Karte eingegeben wurde. Und da steht dann bei Sitz 9.5. Untertitelung des ZDF, 2020